hallo es gibt neues zu berichten leider nichts gutes im fall julia f das ist das zweijährige mädchen das schon vor über einem jahr vom jugendamt alp donaukreis bei den eltern heraus genommen wurde wo das gericht mittlerweile im juni entschieden hat das kind muss ab dem ersten juli 2009 sind zurück zu den eltern die eltern sind eltern mit behinderung und nach wie vor ist das kind nicht zurückgegeben worden und ich habe erfahren dass die zweijährige nachts schreiend aufwacht zum teil stundenlang schreit sie heißt anscheinend außerdem noch ein anderes kind das in dieser sogenannten pflegefamilie ist wo julia f untergebracht ist das sind ja doch alarmierende symptome die auf eine traumatisierung der julia f hindeuten auf eine schwere traumatisierung eben weil sie den eltern genommen wurde sie ihre eltern verloren hat und nun schon seit einem jahr bei einer fremden familie ist sie sieht ja ihre eltern einmal die woche für ein paar stunden das war's und hier muss sich sehr schnell etwas ändern man sieht doch hier dass diese in obhutnahme die eigentlich schon längst vorbei sein sollte und das kind sollte schon längst bei den eltern sein mittlerweile wohl schwere psychische schädigungen bei den zweijährigen mädchen hervorruft ein Untertitelung des ZDF, 2020